Kaffee. Kaffee ist eine Gaststätte, in der vor allem Kaffee und Kuchen angeboten werden. Als Kaffee bezeichnet man auch ein kleines Restaurant. Ein Kaffee ist manchmal auch ein kleiner Ort, ein kleiner Raum in einem größeren, wo Kaffee ausgeschenkt wird. Zum Beispiel gibt es bei Yoga Vidya Bad Meinberg das sogenannte Kaffee Maya, wo jeder sich seinen Kaffee ziehen kann. Kaffee kommt natürlich vom französischen Kaffee und Kaffee ist also das Haus, wo Kaffee ausgeschenkt wird. Und natürlich wird heutzutage ein Kaffee, nicht nur Kaffee ausgeschenkt, sondern auch Tee und Kräutertee und Sprudel, Mineralwasser, Säfte. Und es gibt auch Vollwertkaffees und es gibt vegane Kaffees und es gibt indische Kaffees und es gibt noch viele andere Arten von Kaffees. Kaffee Kaffee